Hallo, hallo, hallo! Was geht? Na? So, ich habe für heute einen ganzen Haufen Dinge geplant und ja, mal kicken. Und zwar brauchen wir den hier den hier 1, 2, 3, 4, 5 Jo! So 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 Ja Ich will hier versuchen Oder Ich fang jetzt an damit eine neue Mobfarm zu bauen Oh 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 Das war's. 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 Äh, Repeater. Äh, Compower. Äh, 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 Äh. Äh, 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 Äh. Äh, 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 Äh. Äh, 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 Äh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Okay, super. Vielen Dank. Oh, God. So, conduit. Okay. So, und wie hieß das? Mobgrinder. So, 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 do, so, 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 there, so, 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 Schreie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Oh. Der ist egal. Broken Spawner. So, wie spawne ich jetzt die Chimäre? So, wie spawne ich jetzt die Chimäre? So, wie spawne ich jetzt die Chimäre? Hmm? ... ... ... ... ... Ah, Ritual Zine. Ah, Ritual Zine. So, testen wir das mit einem Broken Spawner. Gott, ist das laut. Gott, ist das laut. Geht doch. Das hat auch nicht funktioniert. 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 So, holen wir das noch dazu. Das hat auch nicht funktioniert. 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 Okay. Das hat auch nicht funktioniert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. chest. Das war's. 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 oh ja. das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh, kleinen Moment Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da bin ich wieder So, da bin ich wieder Okay, dann Kann es wirklich sein, dass du es doch im End machen musst So, da bin ich wieder 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 Nervt mich So, da bin ich wieder So, da bin ich wieder So, da bin ich wieder Oh, da bin ich wieder So, 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 da bin ich wieder Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ah. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Da brauchst du fast 9.000 Draconic Shunks und 80.000 Dust. Das ist absurd. Ja, für einen Upgrade. Äh, ne, für 64 Stück. Für eins brauchen wir 1260. Und 34 Nether Stars. Und du musst dann auch noch diese Heart of the Sea herstellen. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also wenn du das dritte Update einbauen kannst, dann brauchst du das nicht mehr. Das war's für heute. 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 Okay. 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 So. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. So, dann gucken wir doch mal, ob schon Nomade Beans da sind. Oh ja. Super. So, dann gucken wir doch mal. So, dann gucken wir doch mal. Oh wow. So, dann gucken wir doch mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, ob die bei mir hier in der Region verfügbar sind. Ja, okay. Aber ich hole mir ein Angebot bei einer Firma hier in der Region rein. Die haben nämlich auch einen vor Ort Reparaturservice und sind sehr nett und so weiter. Also mit denen habe ich positive Erfahrungen gemacht. Also zu denen wollte ich eh dann hinfahren, wenn ich da einmal schlau machen. Und die kommen halt hier direkt aus meiner Stadt. Das heißt, eine Reparatur sollte sogar wahrscheinlich Montag schon möglich sein. Nee. Deswegen wollte ich da gucken. Also es sah so aus, dass man das austauschen kann. Ich bin, bis ich eben gerade das Bild rausgesucht habe, davon ausgegangen, dass ich einen neuen Backofen kaufen muss. Ich bin, bis ich jetzt nicht. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube nicht, dass der Backofen noch 200€ wert ist. Deswegen will ich da mit meinem Vermieter sprechen. Das kann sein, dass der dann einfach straight up einen neuen kauft. Also das kann ich mir sogar gut vorstellen. Also wäre natürlich nochmal was anderes wäre, dass ein Qualitätsbackofen, aber so wie der aussieht, ist der kein Qualitätsbackofen. Das war's für heute. 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 Nee. Also deswegen, das muss der Vermieter entscheiden. Deswegen fummle ich da jetzt auch nicht dran rum. Montag habe ich eh noch Urlaub, dann passt das eigentlich ganz gut. Dass der dann da mal gucken kann. Das war's für heute. Also Pirate. Das war's für heute. Okay, okay, das ist nice. Also dann kann es wirklich sein, dass die Firma, mit die ich anrufen würde, dann wahrscheinlich auch mit den Vertragspartner ist. Okay, 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 okay. So. Okay, okay. 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 Okay. Okay, okay. 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 Okay, okay. 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 Ja. Oh. 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 Was ist denn passiert? Kein gutes Wasser verwendet oder? Oh. 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 Das ist auch einer der Gründe warum ich, äh, äh, oder worauf ich da geachtet hatte. Internetbewertungen durchgeguckt und, äh, das Ganze. Das Einzige was mir bei der fehlt ist ähm. Ah, was war denn das? Irgendwas. Ne. Ne, die hat eigentlich alles. ich war gerade am überlegen das war aber die die ich davor hatte wo ich Probleme mit hatte die ist kaputt gegangen und zwar ist nicht der Rahmen äh der Riemen kaputt gegangen sondern irgendwas in der Maschine selbst wodurch die Öl verloren hat dann waren erstmal schön alle Klamotten ölig ich dachte erst hm was ist denn dit naja wäschte mal deine Klamotten vielleicht hast du irgendwas Unpassendes drin gehabt alle Taschen und so weiter durchgegangen und dann kam die noch öliger raus ich glaube Lager ausgelaufen oder der Motor hat aufgegeben irgendwie sowas morgens morgens Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die haben mir für mein Budget dann eine, ähm, die Maschine empfohlen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab meine, äh, mit, äh, Firmenrabatt und Coupons bekommen und, oder Konzernrabatt Und dann war die 30% runtergesetzt Und dann auch mit Abbau und Aufbaulieferung und Mitnahme der alten Maschine Also das war richtig nice Ich hab meine, incredible, äh, mit, äh, mit, äh, sch, 네, ha, mit, äh, okay,ublikum about, äh, die vielleicht ist ein Mensch,が so well, bisant... Nicht nur Gut die Här dieitaählt, äh, die sich ist, aber immer angeht aupr inclusoات. ja sauber ja also wenn man sich da ein bisschen die zeit nimmt dann dann kriegt man sowas ja easy hin also dass man rabatte und so weiter rauskriegt ups so Vor allem Dann gehst du ja auch öfters dahin Wenn der Verkäufer Einfach nett ist Ja siehste Dann Das sind eigentlich immer die besten Ja Also bei uns Also ich glaube Ich weiß das gar nicht mehr Das ist schon wieder so lange her Die waren auch direkt am duzen Und Ja Das ist schon wieder so lange her Das ist schon wieder so lange her Und das ist schon wieder so lange her Ich habe keine Ahnung, was eine Leonardo-Kaffeemaschine ist. Ist die gut? Ich habe eine Senseo. Ich habe eine Senseo. Ah, ok. Ja, hört sich ganz danach an. Ich habe eine Senseo. 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 Es ist ja absolut genial, dass man sich dann auch noch verstehen kann. Und wenn dann beide davon profitieren, ist es sogar noch besser, finde ich. Ich habe eine Senseo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee 0,5 also das übliche. 5,5 also das übliche. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja doch, das war gut. Ja doch, das war gut. Ja, das war gut. Ja doch, 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 das war gut. Ja, 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 das war gut. Das war's für heute. Das war's für heute. So... 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 und Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Vielen Dank. Ja, das ist gut. Okay. So. 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 Okay. So. So. Ich hol mir mal eben fix was zu trinken. Also kleinen Moment bitte. So. So. Da bin ich wieder. So. So. Hey. So Ich habe die Karte auf die Karte geöffnet. Zitzen, die Zitzen sind. 7. Getrennt 8. 9. 10. 10. 18. 21. 22. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, dass ich das nie hinkriege Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Das heißt, jetzt war ich gerade, das heißt, der Oh, und 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 Okay, das sollte passen. Äh, wo war... Da war ich. Oh Gott. So. Den raus. Den raus. Ähm. So. Moinsinn. Oh, ich hab noch die... Ola. Ich hab die... Alarme gemutet gehabt. Gehen die jetzt wieder ab? Was geht? Oh, danke für die Follower, Mac. Uff. 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 Okay, die funktionieren noch nicht richtig. Hm. Ich muss da noch aufräumen. Ah, da... Doch, es hat funktioniert. Mist. So. Was geht? Ich spiel, ähm... Dingenskirchen. Wie heißt Dingenskirchen nochmal? Ähm, ich spiel... Äh... Minecraft. Ich baue gerade eine Lava-Farm. Und jetzt gerade müssen wir... Äh... die Cauldrons abpumpen. Und das geht relativ easy... Indem man einfach nur mit STRG-C, STRG-V hier die ganze Zeit durchgeht. Und gleich den Input definiert. Wo das alles rein soll. Ja, heute haben wir ein bisschen Blood-Magic gemacht. Also, das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. So, Create Insert Pang. So, wie sieht das Ganze aus? Äh... Habe ich überhaupt Lava? Oh, ja. Das geht gut. Super. Klappt. Und was habt ihr gespielt eigentlich? Ich nehme mal ganz stark an Avatar. Aber habt ihr das jetzt auch wirklich... Wo? Da. Habt ihr das jetzt auch wirklich gespielt? Avatar. Okay. Ja, ich habe mich hier ein bisschen mit, äh... Blood-Magic gütlich getan. Und mir... versucht, Autocrafting hier reinzubauen. Und deswegen haben wir jetzt sechs Altare. Bis jetzt. Oh, ja. Habe ich auch gespielt. Das sieht so derbs... Äh... So derbs gut aus. Aber ich fand's irgendwie... In der Mitte irgendwie doch ein wenig langweilig. Ich kann auch nicht sagen, warum. Ja, aber hier machen wir jetzt Blood-Magic. Und hier wird gerade... Versucht, was herzustellen. Aber... Das läuft noch nicht so richtig. Ja, also ich hab's auf... Äh... Äh... 2K gespielt. Ähm... Auf dem Fernseher. Das ist schon geil. Mit dem Controller dann. Also mega. Aber... Ja, die Geschichten sind auch... Mega geschrieben. Finde ich. Aber frag mich nicht, warum. Ich... Ich kann's nicht sagen. Ich... Irgendwann war's too much. Könnte auch dran liegen, dass ich... Äh... Drei vergleichbare... Spiele in der Zeit davor gespielt hab. Und... Ich glaube da auch noch... Äh... Wie heißt das gleich noch? Starfield rausgekommen ist? Wann kam Starfield raus? Release Date. Ach, 6. September. Oh nee, das passt nicht. Äh... Dankeschön. Magna... Mide... 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 Ritus. Mit Ritus. Mide Ritus. Ja, Standard, oder? Also das kennt man doch von jedem Far Cry Spiel. So. Ja. Super. Ja. Bis... Bis... Bis Brokkoli und sowas. und bis die Tage Tschu-Tschu. Kacke, mir ist gerade was eingefallen. Ja, freut mich, dass die Leute mit Followern um sich schmeißen, dann wird das bei mir auch langsam mal mehr. Ich muss ja irgendwie in deine Richtung kommen. So mit 500 oder sowas. Ja, ich habe gerade was gefunden. Das ist problematisch. Wo ist das? Charity will ich nicht. Einstellungen streamen. Ey, Kanal. Ja. Urlaubsmodus. Erster Tag ist Freitag bis Sonntag. Leider. Da bin ich nicht da. Also Sonntag vielleicht wieder. Da mal gucken. Ab in zwei... Egal. So. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Und dafür muss ich ins... Verdammt. Verdammt. Okay, das heißt, ich muss... Wohin? So. Das ist Tú. So. 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 Oh, ich muss hier hin. Nice. Oh Gott. Oh, nice. Rune of Capacity. Ah, verdammt. So. Äh. Äh. External tank. For ticks of the Imperial. Don't know for a particular tick. Okay, gute Nacht dir. Danke fürs dabei sein. Und dann auf jeden Fall. Bis morgen. Äh, ne. Bis Sonntagabend dann. Und dankeschön. Also dir dann schon mal ein schönes Wochenende. Äh, okay. Du hörst dir Livestreams auf der Toilette an. Auch interessant. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Wie viel Kapazität ist denn hier drin? Zwölf. Nice. Nice. Das brauche. Okay, die könnten wir eigentlich noch upgraden. Blood. All right. So. Huh? Okay, das stopfen wir doch gleich mal hier unten rein. Kann ich die austauschen? Master Ritual Stone. Funktioniert das? Ach, was braucht der? 25.000. Okay. Blatt. Den brauchen wir. Okay. So. So. Was wollte ich? Ach, hier. Okay. Oh. Und hier ist mein Hellfire Forge. Willkommen zurück. Ich, äh, mach hier Höllenkram. So, dann füllen wir die nochmal eben auf. Oh ja. Warte mal. Oh yeah. Creative Light. Oh Gott. Äh, hier war das. Das hast du bestimmt auch noch nicht gesehen, oder? So ein bisschen basslastig, das Ganze. Okay. Dann würde ich auch machen. Also, ganz ehrlich, ist doch kack egal, im wahrsten Sinne des Wortes. Was zur Hölle? Oh ja. Uh. Oh ja. Oh ja. Ich kriege. Eh. Ja, ich habe 100 Wätschens gekillt. Ach ja, habe ich dir schon den Wettersensor gezeigt? Okay, warte, wie ging das nochmal? Weather, Rain. So, es fängt an zu regnen. Der Regensensor erfasst das Ganze. Und das Wetter wird schön. Oder, warte. Time set night. Dann geht das los. Und das alles machen nur diese beiden Maschinen hier. Zwei Celestial Manipulator. Der hier reagiert auf Regen, wegen dem Regensensor. Und der hier reagiert auf den Daylight Sensor. Und kann dann einfach das Ganze ändern. Oh ja. Also eigentlich hauptsächlich wegen dem da oben. Das ist meine Fabrik. Die produzieren ein wenig Tritium aus Lithium. Und ja, die betreiben meinen Fusionsreaktor. Und ich habe schon so viel Strom. Ich weiß nicht, wie viel Strom das ist. Aber ich habe vom Storage her noch kein Prozent voll. So. Öh. Sag mir, was ich machen soll. So, wie kriege ich den? Ach, mit zwei Goldblöcken. Gold. Gold. Äh. Blood. Capacity. Sodere sieht nachher. Selbst diechaft im Hier. Abonniert euch. Und wie viel Platz hat er? Zehn Buckets? 22. Sauber. Und wie viel Platz hat er? Das war's für heute. Was braucht der hier? Oh. Oh, 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 oh. Das wird ein bisschen nervig. Ja, und jetzt der allgemein nervigste Part an Blood Magic ist ja wirklich einfach nur, dass man hier warten muss. Akku auch noch leer. Wow, das ist gar nicht so gut. 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 Slate. 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 Das ist gar nicht so gut. 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 Okay. Oh Gott, warum machst du denn sowas? Also warum machst du Beintraining? Oh. So schlimm bei dir? Ja, ich sollte auf jeden Fall eigentlich auch mal wieder mehr Sport machen. Äh. Okay. 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 Aber ich muss dir ganz ehrlich zugeben, ich hatte ja Soro keine Lust drauf Sport zu machen. Wenn man dann schon keine Treppen mehr steigen kann oder sowas, dann ist das ja echt Welches? Ach du meinst den das Regen weg macht Ding Ja, kommt jetzt nicht mehr Ähm Oh Okay, das finde ich lustig Ja ja das ist ich glaube mit dem shader laufen hier einige mods nicht richtig gut zusammen und dieses ambient sound und 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 weil dir fallen auch die ohren ab wenn du mit witchwater oder sowas arbeitest da hörst du jedes mal wie das witchwater in den dingstens getan wird das ist richtig nervig sag ich dir ja genau across the map und das ist halt so übelst bescheuert oh god ups heute schon zehnmal passiert ich bin für blood magic nicht gemacht und das ist halt so Ja, wenn dann erstmal die Ascaloration Sachen drin sind, 20 Stück davon, dann wird das pro Tick abgearbeitet und nicht mehr alle 20 Ticks und dann sollte das bedeutend schneller gehen. Das ganze mache ich einfach nur stundenlang Zeit vergehen lassen für das Endziel. Ich brauche 72 Ascaloration Runes, das ist ein bisschen drüber und deswegen automatisieren wir jetzt alles, dass wir dann am Ende eine ATM Bee herstellen können. Dafür brauchen wir eine Patrick Bee. So, welches sollten wir bauen? Ja, das haben wir gleich. So, was brauchen wir? Edge of the Hidden Real. Oh Gott. Okay. Okay. Wow. Wie viele brauche ich denn davon? Achtung. Oh. Wo steht denn was für Wo stehen denn die Edgar Of the Hidden Realm 36, ich hab 8 The fuck Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok, wieso klappt das nicht? Wieso klappt das nicht? Ok, gute Nacht und schönen Abend dir. Und ja. Äh, genau. Äh, schönen Abend dir auf jeden Fall. Und bis ständig, danke fürs Dabeisein. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Das hat leider nicht so geklappt wie gehofft. Schade. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Noch vier. Ok. So. 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 Zitzen Zitzen Kupfer So, dann gucken wir doch jetzt mal hier rein. So, dann gucken wir doch 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 mal hier rein. Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020